Das inhabergeführte Familienunternehmen M-Hardlieb GmbH ist der zuverlässige Ansprechpartner in der Belieferung von Sanden und Kiesen sowie im Bereich Straßenbau. Das Kieswerk mit firmeneigenem Abbaugebiet beherbergt eine breite Produktpalette. Hier lagern Sand, Kieskörnungen, Recyclingmaterial, Mineralbeton, Splitt, Humus und Mauersteine in vielen Sortierungen. Mit einem leistungsstarken und modernen Fuhrpark sind schnelle und kostengünstige Lieferungen ganz nach Kundenwunsch kein Problem. Eine FAF-Dosieranlage mischt auf Wunsch firmeneigenen Sand oder Kies mit zugelieferten Materialien. Zum Beispiel Spezialmischungen für den Estrichbau mit Carrara-Splitt und Basalt sowie Rasentragschichten für die Greens auf Golfplätzen. Gerne beraten Sie die kompetenten Mitarbeiter der M-Hardlieb GmbH persönlich bei allen Fragen. Selbstverständlich legt das Unternehmen großen Wert auf Umweltschutz. Die entstehenden Wasserflächen werden nach der Nutzung aufwendig rekultiviert. M-Hardlieb GmbH – seit 1959 Lieferant von besten Materialien und präziser Verarbeitung.